Fliederstraße Nächste Haltestelle hinterm Zwinger Schönen guten Tag Hallo Guten Tag Nächste Haltestelle Narbenbad Wasserwelt Weiden Dieser Bus fährt weiter als Linie 1 in Richtung Narbwiesen-Schützenheim Schönen nergene Schönen 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Nächste Haltestelle, Forum 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 Umstieg Nächste Haltestelle, Forum Hallo Hallo Nächste Haltestelle, Forum Nächste Haltestelle, Forum Nächste Haltestelle, Forum Hallo Hallo Guten Tag Hallo Nächste Haltestelle, Forum 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 Haltestelle, Forum Hallo Haltestelle, Forum Nächste Haltestelle, Forum Weidenbornstraße, JVA Weiden. Nächste Haltestelle, Moosbürgerstraße, Katholisches Zentrum. Läumetraas Kultipäe. Nächste Haltestelle, JVA Kultipäe. Läumetraus Kultipäe. Guten Tag. Nächste Haltestelle, NAB Bad, Wasserwelt, Weiden. Demonstration. May 19th. Das war es für heute. Guten Tag. Nächste Haltestelle, Dr. Kilian Weg, Evangelische Kirche. Nächste Haltestelle. Herberge Drechsel. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle.